hallo ist der martin von money monkeys dass die dax analyse für den mittwoch den 9.12.2020 und ich weiß nicht ob er sich versucht totzustellen oder ob es ihn zerlegt hat auf jeden fall sieht das auf mehreren seite nicht so ganz überzeugend aus unser dax der hat sich hier deutlicher oben rausgestellt wir hatten kurz darüber gesprochen was passieren könnte wenn er da also wir hatten gesagt dass er zum vormittag vielleicht noch mal ein bisschen runter geben und dass man dann gucken müssen wenn er dann zum nachmittag auch noch hier eben also muss erstmal primär überhaupt erstmal die range beenden oder verlassen unter die 13 1 19 13 1 70 drunter um überhaupt was zu aktivieren und wenn er zum nachmittag eben noch ein bisschen durchzieht hätte potenziale gehabt weiter zu kommen das hat er eher auf der oberseite genutzt aber ja weiter gekommen ist ja nicht wirklich also wir können die linie die wir hier seit drei tagen drin haben auch einfach nur weiter mit ziehen da hat sich jetzt erstmal nichts daran geändert sollte der axe zum mittwoch mal oben raus steigen hätte dann ganz gute karten da fortzusetzen sich durchzuziehen und ja sogar 13 4 60 13 500 zu erreichen also für den mittwoch wäre das jetzt nicht großartig ungewöhnlich sollte der aber relativ früh schon wieder unter 13 oder ich sag mal vielleicht so um 13 30 eröffnen kurz drüber starten und sich dann wieder unter 13 300 zurückziehen wäre das ein klares anzeichen dass er die range fortführen will und dann würde sich erst mal weiter zur seite bewegen und wahrscheinlich dann erstmal wieder zur unteren range laufen weil das ist erstmal nur wen schalten was wir hier haben das ist auch noch kein signal nach oben ja also das sieht jetzt erst mal ganz nett aus aber es ist noch kein signal nach oben genauso wie das gestern noch kein signal nach unten war man muss da einfach erst mal durchschauen gibt jetzt immer wieder ein paar die sich ein bisschen ich sag mal lustig darüber machen dass wir sagen der markt kann steigen und der markt kann fallen oder er kann seitwärts machen das ist für mich immer ein bisschen ein kleines anzeichen dass diejenigen sich nicht richtig in das reinversetzen was wir machen ich verstehe immer gar nicht so richtig warum diejenigen dann überhaupt mit so viel motivation die videos schauen weil und auch meist jeden tag schauen weil es ja offensichtlich dann auch nicht helfen kann also wir müssen schon als dass die ich möchte das video hier kurz halten aber ich möchte das einfach nur kurz sagen diese pfeile die die nicht dazu dass ich recht habe wenn der markt oben oder unten fällt es geht nicht darum recht zu haben es geht darauf darum vorbereitet zu sein auf bestimmte ereignisse die eintrifft deswegen machen wir den schaden lüse deswegen gucken wir uns stellen an an denen wir sagen können da treten bestimmte sachen ein die wir für uns nutzen können na ein wahrscheinlichkeitsvorteil den wir erlangen an einem bestimmten punkt in eine bestimmte richtung und das ist eben zum beispiel wenn hier der long trigger bricht oder wenn der short trigger bricht das heißt aber auch in dem moment wo ich das nicht sehr dann geht das seitwärts das heißt ich stehe gar nicht großartig vor der wahl nach der analyse dass ich es long short und seitwärts kann weil ich habe doch die die marken eigentlich relativ klar begrenzt das ist einmal hier oben der bereich um 300 bis 330 und das ist oben unten der bereich um 1 90 1 70 die haben sich auch nicht verändert die letzten tage das heißt bleibt der markt dazwischen ist seitwärts dann handel ich den hoch und runter in der range immer wieder wenn er unter wir sind hier unten heute auch mit unserer dieser noch mal short haben ja 30 punkte rausgeholt ähm das ist du also man hätte auch auf der anderen seite dann wieder den long zurückdrücken können halt in dem moment wo unten nicht raus geht sondern nur gegen kontakt na aber ich kann eine range kann ich für mich nutzen ja auch wenn das nicht immer klappt vielleicht aber ich kann die range ja für mich nutzen und in dem moment wo er dann eben aus der range ausbricht und eben oben geht dann habe ich hier potenzial eben auf long seite die ich heben kann und auf der short seite eben das das also man man sollte das nicht immer also ich glaube der grundfehler den viele machen ist dass sie denken dass ich die analyse mache damit ich mich am amt hinstellen kann wie toll ich das analysiert habe ähm das ist weiß ich nicht also das ist also mir fällt es schwer dass sowas rausverstanden wird aber es wird ja offenbar so rausverstanden ähm sie müssen versuchen anders ranzugehen wenn ihnen das nicht gelingt es zu verstehen was wir machen sparen sich die zeit halt die sie verblend haben indem sie die videos gucken ähm nutzen sie die für andere sinnvolle sachen also trading das ist auch nicht für jedermann was und charttechnische analyse halt auch nicht muss aber auch versuchen wollen zu verstehen was wir tun sonst wird das nix also das wird nicht von selber zu ihnen kommen ohne dass man sich da mühe gibt bei also das ist ausgeschlossen halt ne und dann wird man auch nicht die ergebnisse erzielen die man damit vielleicht erzielen kann so und in dem moment wo wir hier so einen long trigger platzieren bedeutet das wenn der markt rüber steigt dann hat der aufwärtswahrscheinlichkeiten kriegt der chancen die nach oben zunehmen und auf der unterseite eben genauso in dem moment wo er zwischen zwei triggern in einem seitwärts bereich nur rum schiebt ist das wahrscheinlichste seitwärts weiter seitwärts weiter zur seite das heißt bricht er nicht oben aus deswegen mache ich immer wieder solche sätze dass ich sage wenn das passiert oder wenn das nicht passiert dann kommt das weil genau das sind diese wahrscheinlichkeiten die wir in dem moment dann bekommen machte hier oben eben kein ausbruch drückt sich wieder unten die range dann geht die mensch weiter das heißt in dem moment wo ich sehe dass er hier oben verkackt kann ich ihn dann nach unten eben ein bisschen runter handeln weil ich davon ausgehen kann dass der hier einfach weitermacht eben so lange bis hier unten die kante springt das heißt natürlich auch dass ich mich mit meinen trades oben oder über der kante absichern kann in dem moment wo er oben raus geht muss ich nicht mehr zwangsweise an einem short festhalten in dem moment wo unten ran geht muss ich nicht mehr zwangsweise an einem long festhalten das sind lauter im blick um implikation die man auf einem blick aus diesen fallen rausnehmen kann und das weiß ich nicht warum das vielen so schwerfällt zu verstehen also es ich verstehe das auch nicht warum das nicht verstanden wird aber ich sehe dass es nicht verstanden wird also das sehe ich schon anhand dessen wie die fragen gestellt werden halt da aber also da diejenigen ja trotzdem immer wieder gucken das sind ja auch eher weniger die da momentan recht viel immer wieder kommentieren und auch immer wieder gleich versucht es zu verstehen halt na also was wir hier tun sonst hat es keinen sinn dann macht was anders gönnt euch die zeit wollen wir auch nicht brauche ich mich nicht die zeit mit verplempern euch das versuchen zu erklären wenn jetzt vielleicht doch gar nicht verstehen wollt was wir tun gut also wie gesagt es geht nicht darum dass hier man recht hat das geht darum dass wir vorbereitet sind für den handelstag und deswegen machen wir das jeden tag weil das jeden tag anders sein kann und jeden tag wird es eine andere analyse für den nächsten tag geben weil der markt immer wieder was anderes machen wird ja und die einzigsten vorteile haben wir in dem moment wo wir bestimmte bewegungen kriegen am markt die wir schon mal hatten und die dann meist auch ähnlich reagieren und ähnlich in der folge verlaufen und das sind so diese kleinen punkte die wir einfach für uns nutzen können dafür machen wir uns die analyse dafür setze ich mich jeden tag hin und erzähle hier den quatsch ins mikrofon gut als gar dann soll es das hier gewesen sein weil er hat sich nichts verändert also der long trigger ist genauso geblieben gesteigter dachs hier drüber haben wir eben die chancen dass er durchlaufen kann auch gerade zum mittwoch sind ja gerne auch mal trennttage aber auch krasser seitwärts tag also geht er oben drüber kannst du schöner trenntag werden bleibte unter der 300 330 klemm plan sind seitwärts tag ein und der muss hier der abführung für short und richtig nach unten weg muss die 190 170 weg solange die hält warum man sich da nicht so viel hoffnung machen na gut alles klar viel erfolg ist klingeln uns morgen ciao